Loll Du wurdest rausgeworfen, weil du für 10 Minuten inaktiv warfst What the fuck? So, Hallihallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Infinity SkyBlog mit Mella Hallo, so Wir waren letztes Mal damit beschäftigt, die Smelkerie zu erweitern Mal gucken Mann, hat Mella hier wiederum gespielt? Nein Doch, warum wäre sonst die Form hier? 14 Blöcke haben wir schon Oh, haben wir brauchen Redstone Ein Redstone, ja Boah Ich bin ja grad schon dabei Boah, nur ein Redstone, Ernst Ich brauch zwei Redstone, gib mir zwei Redstone Für was? Für den zweiten Hier hast du schon mal einen Redstone Hä, damit doch... hä? Wir haben keinen Redstone Doch einen haben wir jetzt noch Ja, vielleicht kommt der Warte, ich sieb mal ein bisschen Mit dem zweiten Generator, meinst du? Ja Ich sieb mal ein bisschen Ähm... Vielleicht, vielleicht Have I a lucky day Ich hab nen Redstone Ich hab nen Redstone Mal eben, ob ich ihn da druntersetzen kann Oder nicht, hab noch ne bessere Idee Mal eben, wir haben die Redstone Mal eben, wir haben die Redstone Mal eben, wir haben die Redstone Jaaa Jaaa Scheiße Boah, wir haben fast schon nen Stack Lapis Voila Lapizi Sooo Da müssen wir auch mal gucken Hier Natürlich, ich brauche mehr Redstone Hast du einen zweiten Generator schon? Hm Wow Äh... Jetzt ist Platz... Fastpack wird und hat Luft Soi... Ich wollt grad sagen, jetzt gehts voran Aber das ist gelogen Wie ist das? Kaki... Ja... Warte... Ja, warte mal... ÄH ... wo ist er dann? Ist er So... Der produziert und der produziert. Vielleicht sollten wir das Ding einfach mal laden lassen. Ja dann ist es für einen Moment schnell. Ne ne ich mein jetzt mal nix rein kein bis das das durch ist das einzelne ich hab sonst alles raus genommen. Weil dann füllen die Generatoren das Sieb und dann sich selber. Ja aber dann geht das ja auch nur die Zeit solange es voll ist schnell und danach wird es ja genauso wieder langsam. Ja aber dann haben wir es wenigstens für eine Zeit schneller. Weißt du weil wenn jetzt ganze Zeit die Energie gezogen wird dann kannst du es ja nie richtig aufladen. Weil ich mein wir haben hier zweimal Speicher von 100k. Oh mein Gott dass wir hier eine anstehende Stromversorgung haben da müssen wir echt was tun. Guck mal jetzt ist das Sieb leer jetzt haben wir schon 3000 AF drin. Jetzt sind wir bei 4000 AF. 5000. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen laufen in der Zeit. Sieb ich mal ein bisschen. Ich mach mir leider ihren Job. Gar nicht wahr guck mal nach oben. Himmel. Mond. Steine. Baum. Wolken. Bei welchem wochen Tag sind wir jetzt? Hab ich grad eben gesagt. Sorry. So hörst du mir zu das gibt es ja nicht. Wo sind wir denn jetzt aktuell? Heute? Oder? Nein bis wann haben wir jetzt auch mal aufgenommen? Ich hab doch vorher gesagt mach diese Folge jetzt und noch eine. Gut. Das Vibe hört einfach nicht zu. Geht's nicht. Sorry. Jetzt ist sie wieder angepisst auf mich. Oh. Jetzt muss ich weinen. Okay. Weinen schneller. Geht nicht. Ich bin empfindlich. Oh. Oh. Ich hab auch Gefühle. Echt? Hunger. Durst. Nein. Doch. Ob du's glaubst oder nicht? Ja weniger. Was? Aber wir könnten Brot machen. Ja. Ich kann mir ein Brot machen. Ich will da jetzt was reinschmeißen. Wo? Nein. Chimma. Will ich wenn ich will. Chill. Wir sind euch bei 30.000er elf. Guck mal wenn ich jetzt was rein. Das sinkt permanent durch. Jetzt sinkts wieder. Au palla. Also ich würde sagen. Näääääääääää. Jetzt haut das Teil zwar schneller durch. Aber braucht doch länger. Okay. Schub kann hier rein. Oh wir brauchen Lava. Immer eben bei der Mobfarm gucken. Oh wir brauchen Lava. Was? Müller geht zum Opfern? Was ist da los? Bist du krank? Hallo? Hier ist nichts los. Echt? Wie kommt das? Wir sind eigentlich permanent online. Das gibt es ja nicht. Weiß niemand. Nichts ist niemand. 19 Glöcke haben wir schon. Hinter Gittern. Hilfe! 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 Ich muss jetzt erst mal sieben. Da wird jetzt ein Timelapse eigentlich übel. Aber das können wir leider nicht machen. Boah ich krieg hier voll viel Bonemü raus. Das gibt es ja nicht. Fünf Bonen bin ich schon wieder. Hör mir dir mit dein Zeug auf. Hör auf damit. Mein Inventar ist wahrscheinlich voll. Ja. Das raus. Das raus. Das raus. Gravel raus. Clay raus. Strings, Refs, Sun, Seeds, Gravel, Gunpowder, Kohle, Skystone. Aber das kann doch alles da hinten rein, du Nudel. Was denn? Das kann hier und das kann hier. Das hat da schon einen Slot. Kohle-Knockdown. Wie soll ich bloß so mit ihr arbeiten? Frauen und Ordnung. Oh. Katastrophe. Ah. Zuscheide, dass wir nicht mit und nicht ohne diese komischen Riesen. Aber naja. Was wohl's. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. In der nächsten Aufnahmesession ist Schmela mit ihrer Kamm mit dabei. Wer weiß. Wer weiß. Was heißt hier wer weiß. Wette ist Wette hier meine Liebe. Konnt ich grad akustisch ganz schlecht verstehen. Was hast du gesagt? Wette ist Wette. Hm. Wie ist das Wetter? Das Wetter ist bei mir sehr bescheiden. Guckt mal wie sie versucht sich rauszuholen. Guckt einfach in die letzte Folge da seht ihr wie sie abgekackt hat. Oder in die vorletzte? Ne in die letzte was. Ach du lügst doch nur. Jeder weiß dass du lügst. Waaaas? Ja. Böde ne? Ich glaub. Ich glaub du musst du mal an Bobbes versohlen. Ja. Das gibt's ja nicht hier. Nicht als Lügner darstellen. Das ist ja unterste Schiene. Gibt's ja echt nicht. Zimela. Zimela. Zimela Vanila. Ja. Mike Vanila. Klar. Ne ne ne. Mila Vanila. Mila Vanila. So mal kurz ein Kampfstück. So darf ich sie. So. Nach 15 Dust. Warum füllt sich unser Sieb denn nicht mehr? Weil ich da alles rausgenommen hab. Das ist aber 0 RF. Wie steht da 0 RF? Wie steht da 0 RF? Wie steht da 0 RF? Hey da steht voll. Wenn auf der anderen der Dauflig ist, näher. 0 RF? Lass mich. Lass mich. Ich will das Kies reinschmeißen. Nee. Boah du mit deinem scheiß Sand! Das ist Stast. Mir doch egal. Boah du Dreckzack. 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 Düm Dün 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 Dün. Hilfe mich nicht, Hilfe mich nicht. Ab in die operating Lack王 mit Müller-Baam Wasser Bamm erstmal in your face Dreckzack. So. Wie viele Redstone haben wir jetzt? Oh nein! Ich habe einen Hohn freigelassen! Oh nein! Oh nein! Acht. Acht Redstone. Das wollte ich nicht. So. Das Hohn kommt gerade gar nicht mehr auf sein Leben klar. Acht Redstone. Reicht das für eine Glock? 4, 5 Goldpast. Wir brauchen 4 Stone. Das Hund kommt ja nach oben. 1, 2, 3, 4. Einen Stick brauchen wir. So. 2, 2. Da mach ich immer einen Stick. Ahem. Eine Redstone Taunch. Dann brauchen wir nochmal einen Cuddle Stone. Was für ein Hebel. Jetzt muss nur durch die 10 Sand ist der Energiespeicher schon wieder leer. Echt jetzt? Ja. Holz. Da steht doch schon wieder Gravel drin. Jetzt gerade ist es reingekommen. Ja. Da ist es klar. Mann. Mann. Nehmen wir mal diese Mike Vanillas hier. Wie kriegen wir denn mehr Strom? Indem wir... Kann man nicht irgendeinen einfachen Generator bauen? Kann mehr. Oder einen Atomkraftgenerator. Schön wär's. So. Wir haben eine Klopp. Und wir haben einen Hebel. Das heißt... Einmal Dillen. Einmal Dillen. Einmal Dillen. Passt. Der kann jetzt die schönen Blöcke hier machen. Bzw. Rigs. Passt. So. Wir haben unsere Smeltery automatisiert. Yay. Da können wir jetzt immer schön kräftig dran anstoßen hier. Also aufbauen. Hier kommt Redstone rein. Dann kann ich mit Baummehl gleich noch ein paar Brötchen machen. Boah wir haben sieben Dillas. Cool. So. Einmal hier. Ein Brötchen habe ich. Yay. So. Das heißt... Gucken wir mal ob das hinterher kommt. Passt. Das passt. Das passt an. Wir haben schon wieder 15. Ist aber zu wenig noch. Drei Stück. Boah. Miese Aktion. Das dauert noch ein bisschen bis das hier... Na ja. Alles klar bei dir? Mit der Energie das... Das macht mich grad schon so ein bisschen... Fuchsteufelswild. Aggressiv. Aggressiv? What is aggressive? So. Einmal da. Einmal da... 2, 5, 6, 7, 8, 8 Stück, 8 x 4, 8, 16, 24, 32, 32 Stück brauchen wir noch, hat das gerade ein Ei gelegt, ne, achso, das heißt, hm, wo war man jetzt stimmengegeben, was wollte man noch machen, achso, wir wollten mal Energie gucken, guck mal, Ach du Scheiße, äh, das, Steel Nuggets, boah, Lava Generator wäre jetzt auch so schön gewesen, wieso, ähm, warte mal Generator, ich guck mal, Generator, Ja, ähnlich Überlebenskünstler, ach du Scheiße, Assembling Table, für den nächsten Generator brauchen wir erstmal wieder ein Assembling Table, mal gucken, was der kostet, Assembling Table, ach, 6 Obsidian, 2 Dia und ein Redstone, ist ja nix, ne, easy, mhm, wenn ich jetzt höreste, wie man meinen kosten Obsidian habe, Wo sind denn unsere Diaz, da haben wir sieben, das heißt, wir könnten es eigentlich machen, indem wir Obsidian produzieren, wollen wir das? Sechs Stück brauchen wir, gell? Sechs Stück, das heißt, Was hast du? Ein Kampf mit unseren Freunden? Was machst du da schon wieder? Du hast die letzten 10 Folgen nicht da? Ich war halt neugierig, sorry. Da waren halt vier Freunde und die haben mich eingeladen und da konnte ich nicht nein sagen. Ach so, sag das doch. Boah, lady 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 lady. Erstmal hier alles abformen. Die Bäume machen wir noch kahl, dass wir noch ein bisschen Erde ansetzen. Holen. So. Croc ist kaputt. Ja, und ich sehe gerade schon wieder, die Folge ist schon wieder zu Ende. Drum sag ich, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt es doch mal einen Daumen nach oben, ein Abo oder einen Kommi. Miller und ich freuen uns darüber sehr, wenn ihr uns fettes Feedback gebt, ansonsten seht ihr uns in der nächsten Folge wieder. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Brin Alpin.